Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir müssen wahrscheinlich noch ein Stückchen weiter westlich gehen Ja, westlich, definitiv Da wird der Frontverlauf sein Da kommen wir dann in den Wald rein Richtig Dann würde ich sagen, 100 Meter, dann sammeln wir uns Und besprechen weiteres Alles klar Alles klar, so machen wir es So machen wir es Das kann nicht mehr weit sein Ich würde sagen, diesen Weg, dann kommt die 1 Minute nach links Vielleicht noch 100, 200 Meter Ab jetzt sollten wir auf jeden Fall die Augen offen halten Auf jeden Fall, äußerste Wachsraumkeit Ich würde sagen, wir gehen in die offene Ordnung Und schauen mal, was uns dann bald erwartet So machen wir es So machen wir es So läuft So machen wir es So Wir teilen die Gruppe und gehen überschlagend vor. Gut, ich nehm an Manfred, zieh vor und meine Luft rein, das zieh ich euch nach. So machen wir's. Huck, geht weg! Was machen wir jetzt mit ihm? Erstmal durchsuchen. Jetzt! Hoch! 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 Du bewachst ihn, ihr beide schleppt die Leichen weg. Seh wohl! Lass ihn! Hier müsste Warschau sein. Verschießt! Also wir müssen auf jeden Fall diese Richtung einschlagen. Dann sollten wir doch noch mal rausquetschen, wo genau die gegnerischen Linien sind. Ein paar hundert Meter da hinten haben uns dann die russischen Panzerspitzen eingeholt. Zwei T-34 hatten wir noch geschafft, aber dann hat uns ne Pack erwischt und den Kommandanten hat's komplett zerfetzt. Der Fahrer ist dann durchgedreht und hat den Bock in den Trichter gesetzt. Wir mussten dann alle raus, aber ich hab's als einziger bis zum Wald geschafft. Und was ist hier passiert? Ich hab mich mit den Grenadieren bisher ja durchgeschlagen und dann wurden wir berannt. Und wo wollt ihr hin? Wir wollen Richtung Marschau zurück zu den eigenen Linien. Da sollten wir uns aber beeilen, die könnten jederzeit wiederkommen. Verhört jetzt noch den Russen, dass wir vielleicht noch was rauskriegen über den Frontverlauf und dann Marschbereitschaft herstellen. Dann fangen wir mal an. Er soll ihm zeigen, wo seine Jungs sind. Wir wollen die Jungs sind. Bleat! Das wird nicht leider dauern. Los will ich! Ach du Scheiße, Stellung! Ach du Scheiße! 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 Untertitelung des ZDF, 2020